Mein Name ist Daniel Brunberger, seit 2011 in der Qubido, Softwarearchitekt und seit ein paar Jahren auch Teamleiter von Team Mobile. Das coolste an meinem Job ist, dass ich mich jeden Tag mit den neuesten Technologien aus dem Microsoft- und Internetumfeld beschäftigen kann. Primär geht es in meinem Job um die Entwicklung von Apps, aber auch um Problemstellungen von Kunden mit den neuesten Technologien bestmöglich zu lösen. Ich freue mich morgens auf nette Gespräche mit meinen Kollegen. Kubianer zu sein bedeutet viel Eigenverantwortung, abwechslungsreiche Tätigkeiten, tolle und günstige Kollegen und man kann an internationalen und nationalen Veranstaltungen und Konferenzen teilnehmen. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. ... Untertitelung des ZDF, 2020